moin moin liebe heute herzlich willkommen was ist das hallo zu einer weiteren folge leute es ist es ist was schreckliches passiert hier wir sind hier gerade gestartet und 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 es hat leides erwischt leides ist tot nein wegen diesem arschloch aber er hat er hat er hat sich geopfert er hat ihn hier er hat ihn einfach noch mal mitgenommen ich muss nur mal herstellen hier so eine axt oder so was ich hab nichts ja leute der plan heute wir müssen einfach wir müssen eigentlich noch mal komplett von vorne anfangen bisher nur scheiße geworden deswegen ist der heutige plan und auch in den nächsten folgen klar strukturiert wir werden bauen wir werden einfach bauen junge ich soll mir gerade steine damit machen können wir was zu essen haben wir können etwas essen das vernünftig da muss ich was raushauen habe ich eigentlich wieder nichts an doch ne du hast nichts an doch eine mütze das reicht doch mit so ein schlöpfer digga was ist was was das will kommen wie geil du mit der brauche beharrt du siehst selber aus wie so ein hässlicher jesus kann aber leider nicht übers wasser noch muss ja auch nicht obwohl hier wäre das eigentlich gar nicht so verkehrt ich habe ja so angst woche fische ja aber hier glaube ich sind keine die sind alle lieb ich bin mir jetzt wo bist du denn jetzt geschoben was ist passiert das habe ich gefressen aber wo direkt am ufer wo liest du denn im wasser da bist du bist wieder hier alter der fisch holt sich da dann der vogel holt sich da den dicken fisch raus jung was geht wieder hier ja mega doch nicht immer lieber hier ich komme nicht mehr meine schweiz linksbums reich gespielt was ist das für ein viecher ich habe einen knüppel ja hol drauf hier ist gar keiner gehen da nein die kommt dieser fisch verpiss dich damit ist da wollt ihr ein land das ist unser gebiet aber das wasser du Affe kannst du wieder raus ich hab meine Sachen ja so regelt man das alter was leckt das denn gerade äh leute bis hierhin war kurzer break es gab technische schwierigkeiten was ist das deswegen ist es jetzt schon wieder dunkel aber unser weiteres ziel ist es zu bauen wir wollen jetzt bauen hier können wir sie ins feuer schmeißen können wir sie grillen die zittert doch der ist auch kalt hast du gerade ins feuer geworfen was er denn für einer freund der tut nix oder feind freund der wollte ärger machen was rennt der hier wenn du sire was antust ne ich schwörs ich mach dich kalt jungen warte den zählen wir uns wo sagt guck mal hier wie sexy in meiner lederhose warum hast du denn schon wieder leder ich glaube es hat ja wohl eben von dem komischen dino da den wir da auseinander genommen haben ja ich mach mir mal ein paar schuhe sonst haben wir nichts und dann müssen wir mal jetzt gucken wo wir bauen wollen also wirklich ganz wichtig jetzt ja hinter die licht noch ein bisschen leder 15 stück man die du brauchst das ist fein und feuerstein wollte es auch noch haben hatte ich mir selbst besorgt alles gut toll jetzt habe ich das einfach so ich habe jetzt schuhe und reichtum ich schmeiß es einfach weg schuhe und handschuhe findest du das nicht auch sexy ich sehe dich nicht ja total ein bisschen weird aber was soll es ist ein bisschen komisch was wie so ein henker was sagst du jetzt wo geht es hin wir wollen jetzt eine dicke basis bauen die alte finden wir eh nicht mehr wieder wir machen wir wollten wir nicht zu diesem komischen lichtbuster leuchten ja genau dann kann das krokodil was machen wir mit leines auseinander nehmen leines für das team aber was ist denn hast du mich gehauen nein die ist einfach nur kalt ja aber warum ich habe noch was angezogen mir ist auch kalt ich habe nur schuhe und handschuhe ich bin doch jetzt total sexy da ist sexy ey guck mal gülle günther nimm den mit ich nehm gülle mit damit wer ist der der kann haben nee ich weiß auch nicht warum aber scheiß drauf aber doch nicht alle verloren wo kann ich den wir die wohl keine mit der soll der soll kommt das mit ach guck mal was denn hier bin ich hier bin ich ja auch gestorben ja da bist du gestorben ich glaube ich auch nicht ist es mein rucksack geil ich habe wieder eine achse ich habe wieder werkzeug ich habe was ist das ein sattel von ausgenies sattel nee das ist es geht wieder nach wochen wände dabei gehabt wir haben einen parasaurus sattel ja gut dabei ist nur ein skin glaube ich scheiße ich bin zu schwer scheiße ich bin zu schwer wenn die doch irgendjemand rum den wir füllen aber warte mal hier kam auch diese komische viele da kam das wie ich will noch zu schwer wo sie ihre damit sie ist doch eigentlich unterwegs also die ist doch mit oder nicht wo ist sie hängen geblieben das scheiße ja gut ich gebe gülle günther zu dem links da und ich bin immer noch zu schwer verdammt ich doch mal einer zurechtendings dem licht ich komme mit sicher sicher hier ist es hey warum kann ich das öffnen das ist dein doch das ist dein geil wer ist denn dieser komische die nur hier mit level 32 haben wir die letzte mal noch gezähmt ich habe keine ahnung der ist aber spontan dazu gekommen oder ja irgendwie schon keine fackeln machen war eine hose geil eine hose okay das war eine an nee ich hatte nur ein schlüpfer aber immer ach so ich hatte ich hatte einen schlüpfer aber auch noch wollen wir wollen wir hier mal weg uns eine basis suchen ja wo gehst du hin ich geh doch mal zu meiner tasche da war noch eine hose drin sondern vielleicht warum ist gülle günther nicht so langsam und knüppel weißt du nicht gülle günther geht es ja nicht gut hatte hat doch noch was zu essen gülle günther ja doch ein fleisch gebraten wie die bekloppten oder nicht ja das ja aber er braucht eher rohes fleisch so das klingt schon wieder alles nicht gut was ist los ich hab ich hab ihn gelevelt okay erst klar ja also wo wir wenn weiß wie die ich habe keine ahnung wollen wir noch mal zu dem zu dem lagerfeuer weil da sind doch so viel fleisch drin ja machen wir das wäre schade ist alles zu verlieren wird das hell ich hoffe scheiße dunkel ich bin ja ich bin hier mein freund mein nubischen bruder lasse ich nicht im stich das ist in diesem augenblick ist das feuer ausgegangen 36 fleischen da drin geil noch mal ein bisschen feuer rein hier aber wo ist sie hat er uns gerade aus dem lagerfeuer geschossen wie mache ich das noch mal auf an drückst du mal 11 und dann kriegst kannst du unten wenn du holz da reinschmeißen würdest kannst du so an machen ich kann nichts reinschmeißen was ist holz ich will da holz reinschmeißen verwenden fallen lassen ich kann nur fallen lassen oder stapeln bist du in dem lagerfeuer drin ja ich kann es abreißen oder inventar öffnen ja dann öffnen wir das inventar was ist hier los was gefunden was so ein fliegender auto keine ahnung was das war es mir scheißegal lass jetzt abhauen wir müssen jetzt mal hier neu anfangen gut das ist dieser fliegende bastard ja hallo es kommt abfahrt die richtung ja weiß ich nicht kommen wir schwimmen jetzt hier rüber oh man passiert nichts wenn mich gleich was frisst ne nein ich schrei die mädchen sag mir vorher mal bescheidern dann mach ich dich eben leise sehr schön so und jetzt an der küste bauen oder eher im land okay in die richtung wurde wo wir eben waren da sollten wir nicht hin weil da werden wir auch gefressen hey was ist das denn weil das die kleinen wichser hier na komm mal herger du kleiner bastard die haue ich aufs maul mann was ist gib mir dein leder gib mir dein fleisch die dinos haben auch wieder leder eigentlich so was hast du warum sollen wir da hinten nicht bauen weil da irgendein dino rumrennt der uns frisst siehst du den da ach das ist der ne weg hier ganz schnell weg ja der ist aber sowas von gefährlich der junge den finde ich schlimmer als diese ganzen t-rex und haste nicht gesehen der macker ist richtig übel ich habe mich mit dem noch nicht angelegt lass es doch lieber wo sind denn jetzt unsere jungs kommt ihr hier nicht durch die brauchen wir hier jetzt auch guter winter da bist du ja nice komm mal hinterher hier er kann ja nicht schneller laufen oder was wo ist denn der andere vogel ja weiß ich nicht ja sag mal ein bisschen blöd hast gemerkt aus dem stein kommst du durch ne komm 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 der stein ist ja auch äh meist unüberwindbar ja kann ich den umbinden nee brauchst du nicht da löpt so da sind noch ein paar die lofosaurus ja deswegen habe ich gesagt brauchen wir die beiden jetzt mal ja wollen wir die jetzt zähmen oder wollen wir jetzt hier ich weiß nicht was machen wir jetzt nee nein also umbring ja ich stehe hier direkt an der küste ich warte auf dich ja ich warte noch so ein bisschen auf diesen alten Vogel der hier nicht kommt wo willst du hin denn es macht jetzt keinen sinn fortzugehen Gülle-Gütter ich halte dich fest da ist er such dich südost west-nord und du bist immer noch am singen ja was ist er denn mach mal nicht den dicken hier mach nicht den dicken ja fein Fifi aber was kommt da denn angewatschelt ja wer bist du denn da ist so direkt auf die Fresse aufs Maul du hey hätten wir auch zähmen können das ist wieder so ein fliegender Idiot jetzt komm meiner greift der uns an der dreht so seine Runden der Affe der kommt der will oh er will ja alles klar äh hm hm sammelst du deine Axt gleich wieder ein der hat die dir irgendwie aus dem Envertar gehauen bist du ein Assi magst du noch so Digga pass mal auf die waren doch sonst nicht so angriffslustig komm her komm her er hat uns an der Zwille wieder na komm her Junge ja guck verscheucht hab ich ihn alter weil ich nämlich der beste Zwillenschütze 2003 war Junge hab ich ne Axt ja ich brauch Holz das sieht doch da hinten aus als wenn man da bauen kann oder hier sieht es doch wunderbest aus aber nicht ich komm sofort hier wird zu bauen da hinten so da wo dieser große Stein ist der große da auf der Insel auch der sieht irgendwie geil aus das können wir tun ich geh mal eben nach oben und guck wie's da aussieht der kommt natürlich mit äh er ist mal kack gesagt er ich? ups du hast gekackt da ist mir was aus dem Hosenbein gerollt hoch na du ja sieht schön aus hier ja hier ist so da ist so ne offene Fläche oh hat weh getan ja lass doch ihn mal hier bauen hier ist doch geil alter ja hier haben wir die Steine schön im Rücken ja das Problem ist die Steine müssen wir doch abbauen so mein Freund du gehst jetzt mal wandern mal hältst ihn davon Gülle Günther du sollst wandern wanderst du jetzt? wo wandert der hin? ich dachte wir bauen hier deswegen wandert er jetzt hier immer los wanderab und guck mir die so blöd an so herstellen jetzt geht's los alter was brauchen wir Fundament aus Stroh können wir nicht schon was anderes machen hier können wir doch nicht doch Holzsachen können wir schon bauen ähm Holzdecke Holztür Fundament aus Holz ja warte ich muss eben kurz Holzwand ja natürlich will ich das lernen Holzdecke frag doch nicht so blöd Junge ich hab hier 81 okay Soundfundament ich hab hier 81 jetzt gib her ich hab hier 81 du Junge du Nacken so was ist denn guck mal was ich hier machen kann alter also quatsch nicht ein Holzfluss Junge irgendwann gehen wir auf große Fahrt aber heute ist angesagt bauen 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 ja ganz viel bauen Werkbank Schmelzofen oh das ist auch nicht so was brauchen wir auch nicht Metallspitzhacke ja da brauchen wir Schmelzofen für ne ja okay aber ich würde sagen ich schmelzofen kann ich sogar schon herstellen glaube ich ich baue jetzt Fundament aus Holz ne hab ich nicht genug Holz für oh komm her ich ich du hast meine Axt ja ich ich baue jetzt hier oh dann nehmen wir das hier wieder weg Entschuldigung ja wir müssen jetzt erstmal genug sammeln na ich bin schwer zu langsam so hier oben ne hier wo wir bauen oder hier wo ich stehe würde ich sagen ja ja finde ich geil komm groß ganz groß ja du weißt ja ne dritter Stock ja sowieso das muss bis in dritten Stock gehen sonst brauchst du mit mir gar nicht hier anfangen ich weiß hier ich kann dir schon mal was geben scheiße ich hab noch Holzdecke hergestellt das wollte ich gar nicht egal hier ja ich brauche ja ein bisschen mehr hier Fundament aus Holz oder nicht ja ich hab das falsch angeklickt hab ich schon wieder nix wie viel brauche ich denn da immer Alter 80 Holz für ein ja gut 80 das ist aber heftig haben die Lack gesoffen wann ist das denn so viel sag mal sag mal oh geschnüffelt oder sag mal tu das so no dass das so teuer ist was brauche ich für eine Axt du bist überladen ja mach doch nix ich kann doch hier craften und dann hab ich wieder pass auf hier Junge zack da Mike gleich noch einen von und hier den halben stumpf da auch noch Holzdecke wieso hab ich denn hä ja du hast natürlich schon bisschen weiter gedacht ne ist ja in ordnung ja aber ich wollte eigentlich auch äh ich hab doch Fundament aus Holz wo ist das denn wirklich dumm so jetzt aber mal hier so jetzt haben wir auch nicht Holz hier crafte den Bums hier mal richtig muss ich auch machen dann bin ich wieder schneller ich hab sowieso voll viel Sachen in meinem Inventar das ist das regnet mir ich brauche eine Kiste echt stimmt kann ich bauen mach gleich zwei oh wie weit wollen wir denn wohin hier so vier erstmal oder was ja wir müssen gucken wie weit das überhaupt geht weil ab irgendwann geht es einfach nicht weiter glaube ich das ist ja Quatsch ja aber wenn ich jetzt hier guck mal hier kann ich schon mal nicht mehr ansetzen was ist das denn da ja aber hier nicht da kommt der weg ja deswegen muss man am besten ich mir so ein bisschen Gelände finden was eben ist aber man kann sich auch nach oben bauen ist auch kein Problem machst du ja sowieso ganz gern ne abreißen was 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 mache ich ganz gern dich nach oben bauen ja nach oben fühle ich mich auch sicher oh hier ich hab oh Gott so nein meine Steinachse ist kaputt ui wird neu gebaut hui ui go ug a war au waar aaaah aaah oh oo 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 ooo 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 doch ooo ooo Ja ich hab gerade was gefunden was was denn betäubungspfeile herstellen dafür brauchen wir narkosemittel was habe ich alles hier drin das kann eine frage ich kann sich den platz aussuchen ganz wichtig ist erstmal da eine wand hinzustellen was das denn hier organisches polymer wo ich das denn her von dem vogel den verprügelt hast glaube ich das machen wir doch nicht wir müssen wissen was soll ich so tun ja tun was so so tut das nämlich gut da kommt der klumpatsch jetzt rein hier weg so habe ich kacke das sind sachen die ich nicht haben will kacke ist gut und wichtig jetzt noch nicht hier kann man ja hier kann man noch schön vorbauen sehr gut ich habe sechs strohwände dabei bauwürdig strohwände kann man das nicht doppelt dann von draußen noch anklatschen ich glaube nicht auch ein stuhl dach brauchst du noch lederhandschuhe ich glaube niederhandschuhe habe ich habe glaube ich gerade alles wieder aus 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 leder ok bin ich der meinung ja alter wie viel holz das einfach ist ja das stimmt das ist nicht wenig so da würde ich sagen aber so reicht das erst mal weiterhin auch noch eine wand hin oder was was brauchst du jetzt noch wenn das brauchen wir gleich erstmal was zum hochkommen irgendwas hast du mir gegeben ist das hier holzdeckel holztürrahmen ja guck mal den machen wir doch mal hier in ende brauchen wir doch noch ja ja dann baue ich glaube mal fünf ja da kommen die türen kommen wir da auch rein ja ich baue jetzt die treppe alles gut ich stelle eine her warum es denn holzschel holzrampe holztreppe hier zack fasern weiße jetzt brauche ich wieder holz natürlich ich brauche immer holz gülle günther schiebt patrouille sehr gut zu welcher seite wollen wir jetzt noch größer werden zu keiner also nach oben da oben da oben ne also jetzt einmal komplett wende rum weil sie kannst du rechts sonst noch was hin machen oder jetzt ist ganz so schön mit ich alles recht soll ich noch was hin machen da habe ich gerade eine wand hingebaut nein wir gehen jetzt nach oben ok schreibe ich so ja anders geht das ja nicht ich komme ich komme ich komme ich komme das geht aber auch noch ne oh mein ist das schon wieder hier ich habe keine wände mehr so bewegt er ich dachte dass wir wenn dann hier noch was hin machen fundament mäßig auf die seite ja können wir auch machen können wir ja ich ja kein ding für den king kann nur keiner mehr bauen wo ist jetzt meine treppe hier auch erst mit gewicht sehr schön gewicht ja ich die treppe ich packe mal hier so ein paar sachen in die kässe ich einfach nicht brauche ja ja das ist unsere nahrungs dinge oder was ich weiß ich möchte ich überall alles rein hier noch die restlichen rüstungs teile hier können da habe ich hier das war eine schöne treppe da kann man sogar rauf und runter gehen ja gut hast du was anderes erwartet sagen also was ist denn jetzt hier als wenn ich hier originaler nix können das hast du gesagt endlich mal wieder hier so schön was bauen junge was übrigen mit der axt kannst du schneller stein was kannst du hier steine abbauen und mit der spitzhacke brauchst du feuer stein ab ist auch logisch das ergibt sinn ich habe dort dann trinkt was haben wir hier irgendwo wasser ja natürlich holzwand so aus sieben kann ich das immer gleich direkt bauen sehr gut wenn du irgendwas brauchst sag bescheid ich kann mit sammeln ja alles gut alles gut es läuft gerade meine axt ist kaputt aber ich kräfte mir gleich eine neue kann ich kann das läuft ja meine axt ist kaputt deine primitive axt was will er denn jetzt ist mich das spiel schon oder was deine primitiv axt ist fertig ich gebe dir aber primitiv aber ich kann schon wieder irgendwas aussuchen was alle mit einer trainingsgruppe wollte sie noch machen die kommt irgendwann erst mal essen haben wir noch was zu trinken drinnen nehmen müssen wir noch ein bisschen was trinken festerrahmen aus holz interessant platzieren ist das jetzt richtig rum dann ja haben wir bringen auch mal ein bisschen holz mit oder ich fahren wir fahren wir holz ich noch mein holz ich mein holz holz sie so eine schöne basis werden so schön war sie noch nie und wir werden auch geschützt sein ja so geschützt wie noch nie meinst du nicht ja doch ich bin schon wieder voll ich auch also das kann doch nicht sein was ist denn auf gewicht muss man gehen damit man mehr tragen kann ja kann doch wohl nicht wahr steiner ja für das fundament okay 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 das machst du sehr schön da hinten an dem baum stumpf ich bin der beste so schnell ich komme ja hier das letzte stück hin auch bitte jetzt mach nicht den nein wir können sie nicht machen echt jetzt ich hab dir ein bisschen holz in die kiste gelegt aber hier muss das doch noch gehen ein bisschen fasern auch digga das geht hier nicht was denn hier noch links setzen weil ich mir gerne so eine feiner oder stützen bauen muss auch gehen oder so weggerannt ja das problem kenne ich hast du deinen wasserschlauch noch kräftig gerade das haben wir so geht das jetzt oder geht das nicht also ich kann hier da kann ich holzfeiler einsetzen ja bruder was ist das denn ja das ist scheiße ich könnte da vorne einen ran bauen aber hier auf der ecke aus spaß nicht ich kann ihn auch da hinsetzen aber das ist ja noch bescheidener ist man kann ich da auch gar nichts anbauen da müssen wir hier halt anscheinend die lücke schließen und somit schließt sich der kreis und der ewige kreis der natur wir sind alle wo warst du jetzt wer hat hier gerade gepfiffen ich war das nicht wieso ein assi ich weiß ja nicht was so für geräusche hörst aber ich war es nicht ja ich hab gerade selber gepfiffen ach so kann ich auch gucken sowieso Herr es war auch wieder knapp hier ne mit ANDACHEN tsch tsch 이션 tsch 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 Ich weiß jetzt schon, welcher Sound da reinkommt. So, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. So. Ich gehe da mal weiter Holz holen, ne? Ja, mach das. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir unsere Bruder auf Vordermann bringen. In dem Sinne, tüdeldü. Bis zum nächsten Mal.